Ob du gezielt am Bauch Körperfett verlieren kannst oder nicht, genau darum geht es in diesem Video. Bevor wir jetzt darüber sprechen, ob du gezielt am Bauch Fett verlieren kannst, wie funktioniert dein Fettverlust grundsätzlich? Wir als Menschen haben einen bestimmten Energiebedarf pro Tag. Das heißt, um die normalen Körperfunktionen am Laufen zu halten, brauchen wir Energie. Das heißt, unser Gehirn braucht Energie, wenn wir irgendwie arbeiten, nachdenken, die Organe für die Verdauung, all das verbraucht Energie. Und um diese Energie zu bekommen, müssen wir irgendwas essen, irgendwelche Nährstoffe, Kalorien zu uns führen. Und wenn wir dann noch zusätzlich uns irgendwie bewegen, spazieren gehen, laufen gehen, Sport machen, noch mehr arbeiten, den Abwasch machen, den Müll raus tragen, was auch immer, all das verbraucht Kalorien selbst, diese Handbewegung jetzt gerade. Das heißt, hier muss ich nochmal zusätzlich Energie zuführen. Was passiert, wenn ich weniger Energie zuführe, als ich verwende, das heißt, als ich eigentlich brauche? Dann nehme ich Körpergewicht ab, weil der Körper hergeht und unser Körperfett, was er ja vorher eingelagert hat, für den Fall, dass wir einmal zu wenig Kalorien, zu wenig Nahrung bekommen, genau diesen Fall eingelagert hat, dann geht er her und greift darauf zurück und verwendet das, verbrennt das. Er kann auch Muskelmasse dafür verwenden. Das heißt, wenn du keine Proteine zu dir nimmst, wird der Körper auch Muskelmasse abbauen, was ganz, ganz schlecht ist, aber dazu in einem anderen Video mehr. Wenn ich jetzt nun mehr Kalorien zu mir nehme, als ich eigentlich brauche, was wird dann wohl passieren? Der Körper nimmt das, speichert das als Körperfett ein. Das heißt, wir haben diese zwei Zustände und der dritte Zustand ist, dass das Körpergewicht gleich bleibt, indem ich genau die richtige Kalorienmenge zu mir nehme. Das heißt, aus physiologischen Gesetzen gilt genau das. Und es ist dabei völlig egal, ob du ein Übermaß an Kohlenhydrate, Proteine oder Fette zu dir nimmst. Übermaß an Kalorien ist ein Übermaß und wird vom Körper eingespeichert. Punkt. Jetzt müssen wir uns der Frage stellen, ob gezieltes Körperfettverlieren am Bauch tatsächlich funktioniert. Und die Antwort ist ganz klar, nein. Und die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, warum behaupten das trotzdem so viele Menschen? Warum können wir also kein Körperfett am Bauch verlieren? Nun ja, weil der Körper selbst entscheidet, wo er als erstes und als letztes Körperfett verliert. Das heißt nicht, dass wir ausschließlich an den Oberschenkelkörperfett verlieren, aber zu einem größeren Maß, vielleicht zuerst an den Oberschenkeln, dann vielleicht an den Schultern, an den Armen, vielleicht im Gesicht und vielleicht zum Schluss am Bauch. Und ganz, ganz viele Menschen sind genetisch genau so gestrickt, dass sie eben den Bauch zuletzt verlieren. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, nicht durch irgendwelche Übungen, nicht durch eine bestimmte Ernährung, das hat auch nichts mit einem Stoffwechsel zu tun. Der Körper entscheidet ganz von selbst, wo das Fett hergibt. Und das Einzige, was du tun kannst, um ein für alle Mal das Körperfett am Bauch loszuwerden, ist genau das, was ich am Anfang geschrieben habe, in ein Kaloriendefizit zu gehen und dort zu bleiben für 12, 16, 20 Wochen, so lange bis das Körperfett weg ist, mit dementsprechenden Unterbrechungen. Diese Diät oder dieser Abnehmprozess muss richtig gestaltet sein, weil sonst der Jury-Effekt auftaucht, weil du sonst nicht durchhalten kannst, weil du sonst einen Nährstoffmangel hast und ganz, ganz viele andere Gründe haben kann, warum das wirklich professionell gestaltet sein muss. Und wie gesagt zuvor, es gibt trotzdem so, so viele Coaches da draußen, Influencer, selbst Institute, Blogs, YouTube-Videos, die behaupten, dass du gezielt Körperfett am Bauch verlieren kannst und es ist einfach der größte Schwachsinn. Und warum behaupten die das? Aus einem einzigen Grund. Weil sie wollen, dass du ihr Produkt, ihr Coaching, ihren Shake, ihre Pillen, was auch immer, kaufst. Und ganz, ganz ehrlich, ich will auch, dass du mein Coaching kaufst, weil ich zu 100% davon überzeugt bin, dass ich das beste Produkt habe und das nachhaltigste Produkt habe, das kein Bullshit ist, sondern dir echte Ergebnisse liefert, für die du auch arbeiten musst. Aber, wie gesagt, der Grund, warum irgendjemand dir sagt, hey, du kannst gezielt am Bauch, Körperfett verlieren, du musst nur diese Sachen in deinem Stoffwechsel ändern, du musst nur diese Pille nehmen, du musst nur diese eine Übung machen, ist einfach Schwachsinn. Und wie du wahrscheinlich schon am eigenen Leibe erlebt hast, mit mehreren Abnehmversuchen, ist, dass es eben nicht geht. Du kannst eine Million Sit-Ups machen diese Woche und du wirst nicht Körperfett am Bauch verlieren, solange du nicht in einem Kaloriendefizit bist. Was du natürlich tun kannst, ist, deine Muskulatur stärken im Bauch, in der Rumpfgegend. Und das hilft dir natürlich, hier stärker zu werden, dich insgesamt besser zu fühlen und, wenn das Körperfett weg ist, schönere, definiertere Bauchmuskeln zu haben. Aber zuerst muss eben das Körperfett weg. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du eben nicht mehr auf diesen Schwachsinn reinfällst, weil du deine Zeit, dein Geld verschwendest, immer demotivierter wirst, weil du natürlich dann denkst, hey, für mich klappt Abnehmen nicht. Aber auch für dich klappt es, sobald du mal die Erwartung loslässt, dass es schnell funktioniert, dass es super leicht funktioniert und dass es irgendwelche Hacks, Tricks oder Tipps gibt, die dazu führen, dass es schneller, leichter oder whatever geht. Abnehmen braucht eine gewisse Zeit. Es geht relativ schnell, vor allem im Vergleich zum Muskelaufbau. Aber man muss es eben richtig machen, richtig gestalten und man kann es deutlich erleichtern und deutlich beschleunigen und vor allem nachhaltig gestalten, wenn man es richtig macht. Und ich möchte dir da auch gar nichts vorenthalten an Wissen oder sonst was. Alles Wissen, was du brauchst, um abzunehmen, gibt es da draußen. Du kannst dir jedes Video anschauen, Google fragen, aber das Problem ist, dass du als Anfänger nicht erkennst, was der richtige Weg ist, was Schwachsinn ist. Das kannst du erstens mal nicht unterscheiden und dann hast du noch das Problem, dass du selbst alles dir zusammenstellen musst. Der einfachere Weg ist es, und hier kommt der einfache Weg, indem du dir Unterstützung holst von jemandem, der das schon dutzende Male an sich selbst beziehungsweise an Klienten durchgeführt hat und ein approvedes System hat, also ein System hat, wo nachweislich Ergebnisse da sind und Ergebnisse da bleiben und die Kundenstimmen einfach zeigen, dass das eine geile Sache ist. Das heißt, wenn du jetzt genau das machen möchtest, genau mal darüber sprechen möchtest und ich dir zeigen soll, wie dieses System für dich aussehen kann, geh kurz auf meine Website www.jürgenthoman.de, trag dich für eine kostenlose Coaching-Session, für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir persönlich ein und dann können wir uns einfach mal ganz unverbindlich darüber unterhalten, wie das für dich aussehen kann und ansonsten bis zum nächsten Mal, vierte Grüße, ciao! Bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal,